Weißt du, wir zählen jetzt alles nach Hitler Jaaa Ja, wir kommen im Jahre 75 Ich hab mich in einen Zwift-Mininggang reingebuddelt von euch Hä, wir sind doch jetzt im Jahre 75 nach Hitler Ne, ich glaub 125 Ne, 126 Nach Hitlers Geburt Jaja, 126 nach Hitlers Geburt Los, saug dich jetzt voll, du beschissnert Jammern Achso, ich hab mich zum Portal gebuddelt Adrian, was machst du gerade? Blood Magic, oder? Nein, er macht Selbstmord, weil er gerne sich selbst töte Eigentlich will man sich nicht holen, so Ist er tot Und dann lebt er wieder und dann ist er wieder tot Be like a racist Jellick, accept it Ich brauche mir gleich den Significial Dagger Und saug dich aus, Alter Warum, warum, warum steht hier ne Warum steht hier ne Turtle ohne, ohne ne Hacke? Wo? Hier oben Geht die kaputt? Geht die kaputt? Da ist kein Hacker mehr und die steht hier oben Und das Programm ist beendet Äh, ich glaube die geht wirklich kaputt Äh, ich glaube die geht wirklich kaputt Äh, äh, äh Der Hey, wir machen Computer Crack Scheiße Mod Müsste man sich nochmal erkundigen, weil sowas macht man nicht Nein, das macht aggressiv sowas Und ich lass grad unten erstmal ein Programm laufen Oh, das sind aber löse Katzen Streichel mal die schöne Katzen Streichel mal die schöne Katzen Äh, äh Hahahaha Und gleich ist er tot Äh, die sind, die sind jetzt da bei den Blazes sind die Er ist doch da drinnen Nein, davor, zwei Stück Oh nein Ja Da musst du ne Witch-Oregon in der Nähe sein Er wurde Nein, der konnte Ja, hab ich dir noch gesagt Janna, Digga, Janna Ihr wisst schon, dass hier die ganze Zeit da rumstanden Ich glaube das ist ein Spawner Der Witter-Katz-Spawn Hey, die sind freundlich Ja, jetzt sind die freundlich, sicher Oder? Ich hol mir jetzt Sludge Ja, Sludge jetzt Ja Wie heißt Sludge die jetzt? Sludge ist op Ich hab vierzählte Todespunkte Ich muss es mal verseitigen OOHHHHH Sie sterben einfach nicht dabei Sie sterben einfach nicht von Sludge Ach Janna, ich sag mal die Scheiß auf einen Graben voller Lava Graben voller Sludge Oder Java JARWA Ja, ein Graben voller Java Wenn du rein springst, kriegst du eine neue Folge, du Sludge Nein! Google Auto hat mal eine Null-Point-Exception. Muss ich dir so vorstellen, so du fährst durch so ein Auto. Fahr' mal so, Auto bleiben für stehen. Ja, Motorschaden, wo musst du hin? In den nächsten Apple-Store. Richtig. Google Auto. Ey, wo ist die große Map auf welcher Taste? Ach, J. J, wie Map. Fährst du mit dem Auto in den Mediamarkt rein? Ja, können sie kurz mal meine Festplatte auswechseln? Behindert. Das sind extra Akteile für die neuen Autos einfach. So ein Mainboard, so zwischen Reifen und Trieb. Ja, Lenny, wir wüssten das so scheiße aus die ganze Zeit. Ich hab übrigens mal die Wither-Katzen per Lava entfernt. Warum tust du sowas? Die waren doch lieb. Ja, die waren richtig lieb. Ey, was sind das für Viecher? Hast du die Trojanische Mietzekatze? Trojanisch? Ah, TomCraft! Ach, der Mod? Der Mod greift. So, jetzt bräuchte Gold, Kinders. Gold. Gold! Gold! Haben wir noch Gold? Ich versteh' ja nicht ganz, ne? Boah, jetzt mal die Welt. Ich würde glauben. Gold, gold, gold. Wild. наверnd. Boah, wenigstens zach-produktion geht aber eigentlich wieder. Boah. Boa, alle, die haben Gestörten... Ja, die haben immer alle, das ist nichts Neues. Was? Wir haben alle 3 gestört jetzt die Dr. elf Melodie ich hab vergessen wie's jetzt geht Hey, Adrian! Toon ein bisschen geändert Das hat er gemacht, ja Kannst du gleich mal kommen Die Videos werden gesperrt, gesperrt. Hahaha, stimmt gar nicht, das ist meine Stimme. Ich meine Stimme benutzen wie ich will, außer ich pack da GEMA drauf. GEMA? GEMA Eis holen. Dann muss ich mir so'n GEMA-Logo in den Kehlkopf tätowieren lassen. Was? Nicht jeder Mensch. Hä? Macht das eh nicht jeder dich hassen? Bist du bescheuert? Komm doch raus! Hä? Adrian, du stirbst doch gleich da drin. Ja, du stirbst doch gleich hier drin. Ich will zwar nicht los. In dem Moment, wo er gestorben ist, hat er das von mir so gelaggt. Ja, bei mir hat er das auch voll krass gelaggt. Zähne, geh mal weg. Ah, siehst du, da drin ist der, guck. Ja, pick dich. Nein, nicht du! Gib mir einen guten Grund. Äh, äh, äh. Sozial. Äh, äh, sei, sei lieb. Äh, okay, äh, der Doktor hat es dir befohlen. Nein. Äh, das, das Universum kollabiert. Genau, das Universum kollabiert, weil ich dich töte. Ja. Ja. Was zur Hölle? Hör doch mal auf! Hi, Dede. Die haben so einen Schaden. Das geht nicht fisch. Aua! Warum hast du mich mit dem Schwert? Eigentlich wollte ich Dede hauen, aber naja. Niemand kann mich hauen. Unsiegbar. Du bist behindert. Du bist behindert. Nevermind, never find. Kann man hier dran noch sitzen? Wie kann man eigentlich so behindert sein? Nein. Geht's schon mal. Der Vaport da hinten. Special Paratute im Wintervenian Corpse. Äh. Sie haben zu besuchen. Dede und... ... Böh, was ist denn Dede? Was ist denn mit mir? Und gleich kackt der Server ab. Too much Portals. Hey, Dicke. Das ist Mutter ab. Alle. So ist Stick Overflow. Ihh, nochmal hoch, leg alter. Geh weg, geh weg, geh weg. Nein! Was ist denn, wenn du ins Wasser gehst? Was ist denn, wenn du ins Wasser gehst? Was ist denn, wenn du ins Wasser gehst? Na, ich meine, was passiert, wenn ich im Wasser will und dann im Tal sitzt? Läuft dann das Wasser raus? Nein. Ist ja langweilig. Du kannst gar kein Portal im Wasser machen. Das geht nicht wegen der Technologie, das geht dann kurz los. Oh Mann, das ist doch kacke, dass bei der Turtle jetzt die scheiß Spitzhacke kaputt geht. Wie gesagt, wir müssen gucken, was das für ein Mod ist. Luch raus. Crap. Ja, ich töte die Mod ist der. Warte. Das ist der, der gestörten Mod. Ich mach jetzt einfach mal FileZilla auf und schau mal in die Config. In die Config? Config. Ach meinst du, da steht drin, dass die irgendwo das kaputt gegangen ist, oder was? Hm. Ne, dass man die ausschalten kann, dass sie kaputt... Ja, aber... Da ist ja... Das ist Molten Gold drin. Ja, du hast das... Ja, du hast das... Genau so scheiße, dass die kaputt gehen, das ist doch der... Also wenn ihr jetzt mal meine Lebenszimmer haben wollt, würde ich vorschlagen, dass wir alle mal... Ausschweifungen machen, oder Dede einfach losgeht und mal nachher... Ausschweifungen! Ich hab doch gesagt, ich geh'n unten farm, Nanny. Können wir sagen? Ja, ich hab' einen gefunden, aber ich hab' nur einen, so'n Inscriber Silicon Press gefunden. Ich brauch' irgendwie 18.000 Millionen davon. Ja, schön. Ich hab' ja gesagt, ich gefahren, deswegen... Kann ich dir nicht helfen. Ja. Und ich kümmere mich um alles andere. Dede, was hast du zu tun? Ich seh' gerade meine Hammer bauen. Ja, Dede, lass' es doch. Dede Finger weg. Doch, ich weiße, das geht. Ja, dass du jetzt nicht das ganze Gold... Ich muss jetzt mal gucken, was man am wichtigsten jetzt rauszieht. Du würdest mich eh nicht hauen. Äh, find' ich nicht. Versuch' ich hier irgendwie alles irgendwo reinzukommen. Hammerhead. Ich hab' immer noch keine Computer-Craft-Config, nice. Gibt keine. Aus. Gibt's einfach nicht. Habt ihr irgendwie so bestimmte Gisten, wo ihr Material herkauft habt? Oder überhaupt? Wir warten eigentlich noch blind, dass das ME fertig macht. Ja. Das kann noch lange dauern. Momentan haben wir überall alles drin. Falsche Antwort. Das ist doch jetzt nicht meine Schuld. Falsche Antwort. Ja, das ist aber die richtige Antwort. Falsche Antwort und falsche Antwort. Kann ich mir einfach wieder sprechen. Ich meine, wenn ich für einen so'n scheiß Inscriber-Teil... ... 1500 Blöcke laufen muss, dann kann das noch ein bisschen dauern. Ja. Brauchst du? Was? Brauchst du Inscriber-Teile? Brauchst du Inscriber-Teile? Damit ich die... Wie viele du insgesamt brauchst? Ich wonder. Wie viele? Wie viele? Wie viele? Mit dem Wort wie viele erkundigt man sich nach einer Mengenangabe, die meistens in einer Zahl besteht. Ich brauch nur eins. Außer wenn man mit Lenny redet. Außer wenn man mit Lenny redet. Nachgattern. Touchbinding. Hast du gerade gesagt, du brauchst nur eins, aber davon ganz viele? Ja. Ganz, ganz, ganz viele vorgepresste Plattenteile, Dinger. Ja und? Dann press sie selber. Also brauchst du eigentlich ne Vorlage, dass du auch welche machen kannst. So kann man die nicht machen. Ne? Mach sie einfach so. Lenny, du bist verwirrend mit der Erklärung. Ja. Die kann man nur aus derselben Dings machen, in denen man dann block of iron rauskommt. Lenny, es reicht. Zu viel Wachwissen. Dede, halt die Presse. Wolltest du eben gar nichts tun? Doch. Du brauchst nämlich noch dazu übrigens noch die Oxi-Gala-IKEA-Rosex-Transformation. Und dann kannst du damit mittels eines... Dede? Halt's Maul. 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 So, Diamant, saug dich jetzt voll mit Blut. Oh ja, ich hab auch Blut. Machst du das da oben hin? Ja. Kann man noch woanders hinstellen. Ja, kann man noch woanders hinstellen. Das ist ja noch harmlos, das andere Teil, wo du das verbinden musst. Das ist es. Halt's Maul. Halt's Maul. Halt's nicht voll. Wieviel Blut brauchst du denn noch? Du musst erst mal das Ding voll haben oder hast du schon Stufe 2? Nein! Den這個 nicht voll zu hoch. Für einen Diamanten brauchst du noch Stufe 2? Ne. Klar! Nein! Klar brauchst du dafür Stufe 2. Ja! Wir sind? Ich bin da? Nein! Mach Stufe 2. Das komm ich sicherer. Und mach den dann voll. Ach, jetzt maul. Blatt, Alter. Ich bin Dedel. Oh, ich bin so ein Hurensohn, ne? Ja. Nee, bin ich gar nicht. Doch. Jeder gibt denen ne Bestätigung. Nee, Lenny, ist auch besser, wenn du nix sagst. Hast du mich grad ernsthaft geschlagen, Dedel? Nein, du bist gegen den Busch gelaufen, du schlaue Birne. Du schlaue Birne. Such ihn nicht ne Ausrede! So, töte ihn. Nein! Komm, ich brauch dir sogar noch ein paar Büsche mehr hier. Der kann man die ja aufeinander setzen. Wieso findest du die Config von Computer Curved nicht? Bist du bescheuert? Warum? Ich hab die doch gefunden. Ehrlich? Ich find doch keine. Oh, du bist... Du hast doch selbst das Fuel Limit erhöht, oder nicht? Ja, das von Computer Curved. Hä? Hä? Was? Moment hast du denn geguckt! Hä? H-H-H-H-H! Hä Banana! Was?! Ja, das allerdings heute mit Computer Curved. Warte mal! Warte mal! Warte mal! Yaaatau oneeas! Der hat bestimmt noch Törtel gesucht. ственноssicher Adrian, ich hab dir gesackt, Drogens sind nicht gesund. Devon! Nein, nein, zu drohen. Ne, aber da ist nichts drin mit, dass irgendwas kaputt geht. Doch, meinte ich. Weil drohen ist da drin mit, dass was kaputt geht. Ne, wie gesagt, das muss dann ein extra Mod sein. Ernsthaft Skelett, ich crafte gerade. Lass mich doch arbeiten. Habe es. Eliminiert. Und es leckt. Hör doch auf! Es hat geleckt, tut mir leid. Ja, ja, ja. Ausrede. Hat nicht geleckt. Oh, Basalt. Warum gibt es dazu keinen Wiki-Eintrag? Weil, halt. Wiki. Einträge. Aua. Nein, nicht Fallen Knight! Was ist das mit dem? Hütten! Hütten! Ja, viel Spaß. Nein, der geht. Der darf dich nur nicht first hitten. Oh, richtig schön, wenn so so die Oma einfach aufhören. Gut. Weißt du, warum nicht so schwer an diesem Typen? Wenn der dich als erstes hittet. Was ist denn dann? Dann bist du tot. Warum? Weil der genau so ist wie die Wizzercad. Was ist das denn für ein komischer Mod, ey? Ist ja geil. Fällt mir nicht. Warum nicht? Der Mod macht mich aggressiv. Aggressiv? Aggressiv. Ja, so wie Aggregats. Zustand. Just stand. Aggressiver Aggregats-. Schuh-schuh-sch-schuh-schuh-schuh-sch... Schuh-schuh-schuh-schuh. Oder das Ding geht nur beim Exquaten nicht, lass den Tunnel gerade bohren, der ist gleich 100 Blöcke gleich fertig, also 100 Oh, töte es Bevor er das Eier legt Du hast jetzt genug Krams Und aus dem Zentus, wenn du meinst, braucht Tier 2 für den Diamanten Man braucht diesen, ähm, man braucht den Blood Orb, um die Runes zu machen, um auf Tier 2 zu kommen Hört den Maulet Wusstest du, wie mich das gerade interessiert? Gar nicht Deine Sachen sind eh im Grab, das weißt du, ne? Ja, ich weiß, deswegen ist jetzt immer ein Grab Hinabsteigen Äh Ich hatte nur ein paar Sachen gehabt Der Rest ist im Rucksack Rucksack Backpack Backpack Rucksack Yeah Zag unsere Bäumchen Warum hast du das Steigen hingepackt? So, jetzt ein richtig motiviertes Yeah Woll ich einmal zu? Yeah Wollen wir vielleicht schlafen gehen, alle Mann? Ja Reichen noch 3 Leute Ich kann nicht mit 1000 Millionen 500 Milliarden Ich komm auch noch schlafen 3 Leute 30 2 3 5 Hix malzeit mit 100 leuten mit 81 ich brauche so eine spitzsacke noch ne oder kann ich auch mit haben wir das solcher bauen eigentlich schon ja bleib doch mal ruhig brauner auch noch nicht nur was tun bei mir und eigentlich ruhig brauner ich weiß nicht russisch rassistisch ich bin dabei Moment ich sammle gerade alles zusammen aus den ganzen Kisten hier ich habe auch noch Leder ich habe auch noch Leder Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Okay, ich hab jetzt 63 Rotten, ja. So 12 Reichen. In dem Dschungeltempel war grad ein Dispenser, der hat ein Penguin ausgespukt. Ein Penguin? Ja, ein Penguin. Mal gucken, was die legend. Penguin, aus welchem Jahrhundert kommst du hin? Aus Penguin Land kommt er. ja jetzt habe ich erst mal die spitz hat gemacht jetzt gehe ich meinen die hölle das ganze zeug nee wie wäre es mit und kobalt so aber einfach cobble stone hammer will ich habe behindert hat ja er macht ja warte dann mache ich den kompletten 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 hammer ja er hat hat selbst doch auch gemacht das ist doch schlitten kommt dann haben wir schlecht okay ich mache den kopf dann haben wir brauchen das kann man reparieren indem man einfach nur so mit so einer komischen werkbank hier ein koppelstern macht so pressten aber die hält trotzdem nicht lange ich mache jetzt ein 1 1 das macht kino selber bringt ihr immer spaß ne bockt richtig selbst umzubringen wir brauchen die zweite stufe vom hammer und wir brauchen die zweite stufe davon mit cbx und gold oder emerald diamant je nachdem koboldat copper können wir machen copper ist ganz gut dafür bräuchte was hier fix haben und der wdf haben wir noch sie wix gehabt ok dann reiß ich eben bisschen von der schmiede ja die schmiede aber noch ja und wir haben dann da ist eine reihe die ist noch nicht mal ganz fertig gewesen ist doch gut ich bin saftig ich bin saftig Auf dich, auf dich, mach dich. Eta. Du sagst doch vegan, nee, wir mischen ja Schweinefleisch unter. Mh. Ja. Ich brauch noch Kupf, Fah, Oh, Kupf, Fah. Ich brauch noch Kupf, Fah, Oh, Kupf. Einfach so flüssiges Schwein. Einfach geschmolzen. Ja, was denn sonst? Bestes Schwein? Kann man doch machen. Kupfer. Dass man sich Schwein-Wicks macht. Brauch einen Moment, Dede noch. Brauch einen Moment, bis der Kupfer geschmolzen ist. Mach mir nur zweit erstmal einen Handglider. Hangglider, 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 Hangglider. Du bist dumm, du bist dumm. Äh, WTF? Ja? Wir haben ein künstliches Problem. Ein künstliches Problem? Ja. Warum tut der Harvester die Oakwood-Zäpplinge von uns abreißen? Lol, ist der Radius noch größer oder was? Was? Hier, ich hab Setzlinge grad da rausgeholt. Was macht ihr für Scheiße, hallo? Alter, guck dir mal die Kiste. Ich hab da Blaubeeren rausgenommen. Fünf, äh, drei, sechs, sieben Stacks Blaubeeren hab ich rausgenommen. Das Ding ist gleich schon wieder vor. Mach mal automatisch paar Juice. Alter. Mach mal paar Dinge. Alter. Ich hab mehr Generatoren. Ja, da brauch ich Eisen. Wir haben doch schon voll viele Generatoren. Ja, aber nur standardmäßige. Mann, warum machst du auch die? Anstatt erst ein paar davon zu machen? Nein. Nein. Oh, fuck. Aua. Ich bin auch intelligent. Irgendwie lag das grad so ein bisschen bei mir. Und zwischen war da Bevel hinstellen. Ich bin grad an der Kunden, Danny. Mhm. Steckt nämlich so ein bisschen. Ja, ich bin, komm grad nach Hause. Weil diese scheiß Meteoriten so übelst selten sind. Ich hab voll Lichtpacks hier grad. Ja, gut, würd ich sagen, ne? Läuft ja bei uns. Bären haben wir auf jeden Fall genug. Oh, die Kiste ist schon wieder voll. WTF? Ja. Ich nimm, warte mal, ich nimm wieder alles raus, okay? Oh, wir haben schon ein Problem. Die Kiste, das Ding, der füllt die so schnell rein. Warum? Wo kommen die ganzen Bären? Ja. Haben wir, haben wir ein Barrel? In welcher Pipe? In gar keiner Pipe. Nein, ich hab das eine Buch weggeworfen, das rote. Hat jemand das rote Buch noch? Aha. Ja, ja, ich hab das rote. Gib mir mal das, bitte. Das heißt, glaub ich, you're welcome. Ja, ja, genau das. Was ist das? Ne, das ist das Falsche. Ich brauch das von... Ich brauch kein anderes rotes Buch. Ist immer leid. Ich brauch das von Tinkers Construct. Ne. Boah, Blaze ist halt auch ein Raoul. Hä, das sind Stinker. Okay, ihr Stinker. Ihr lasst uns stinken, oder ich stink euch ins Gesicht. Iiii. So richtig heftig in mein Gesicht. Hashtag... Habgeblings. Hashtag, er ist schon wieder tot. Also den Hashtag, der ist der ist so Platz einzig. Ja. Hashtag... Boah, ey. Darum ist nicht in den Trends auf Platz 1. Hashtag Davy Baby, bitte. Was? Ja, Dani ist schwanger. Schon mal von mir gekriegt. Ach du Scheiße. Oh Gott. Das wird halt schon scheiße gesagt. Noch einer. Oh nein, noch so einer. Na, er wird ja von dem Vernünftigen verzogen. Okay, wiederholt bitte diesen Satz erneut. Und dann Lachung. Ja, das meine ich doch. Relativ zu Sack und Manuel. Ist Peter der Vernünftigste und Intelligenteste? Ja, das ja. Hangover, hangover. Ja, klar. Oh, es gibt eine rune Selbstverstümmelung. Zur Selbstverstümmelung. Runel, Selbstverstümmelung. Ich möchte dich auch mal selbst verstümmeln. Adrien, Adrien. Bitte. Ich kann dir helfen. Adrien, der ist super ehemal. Wir können über alles reden, Adrien. Kannst du mir also helfen? Ja. Du kannst mir helfen? Du kannst mir helfen? Adrien, der ist super ehemal. Ich hab mich schon wieder selbst geworfen. Adrien, Suizid ist keine Lösung. Besonders, wenn du es 300 Mal machst. Was ist das denn für ein Shuriken? Geil, man kann Shurikens herstellen. Wuhuuu. Ja. Boah, es gibt Armbrust? Ja. Fliege. Fliege. Fliege, Fliege. Shuriken. Hier, da hast du dein Hammer. Huuu. Ich hab'n Hammer, ich hab'n Hammer, ich hab'n Hammer. Was ist der denn? Richtig fett. Äh, da fehlt ein Pattern, der Hammerpattern, wo so. Was machst du jetzt für ein Hammer? Gar keinen. Äh, warte mal, und was hast du jetzt damit nochmal mit hier geschmolzen jetzt? Hä, ich hab' das Gold genug geschmolzen. Für diese, äh, Form? Für die, äh, für die Form, ja, ja. Mehr nicht. Ich hab' jetzt erstmal nur für die standardmäßigen Sachen, für diese Excavator, für den Hammer und für die normale Spitzhack hab' ich das erstmal gemacht. Das sollte reichen. Endlich zu Hause. Ähm, ich brauch' n'n, man brauch'n'n Binding-Cars, ne? Ja. Rot-Cars. N'n Large-Plate-Cars. Zwei Stück. Und, äh, n'n Excavator-Head-Cars, wenn ich sowas machen will. Ne, für den Hammer jetzt? Für den Hammer brauchst du... Nee, für den... Kross. Ne, ja, klar, klar, aber du brauchst den Excavator brauchen willst. Ja, klar. Du hast doch dieses eine Buch. Die ist... Das, hast du das hier nicht? Nein. Ja, dann stell' ich das eben. Stell' das mir eben her. Das hab' ich eben... Daran hab' ich ja eben gefragt. Aber niemand konnte mir sagen, wo ist dieses... Kann man sich herstellen. Ja, dass du es hier herstellen musst, hab' ich doch gesagt. Ja, aber wo denn? Stell' das eben her. Hier. Okay. Da ist was drin noch. Materialien und ich... Ja, ist der mit der Welt in New. Ähm... Ich brauche einen... Lumber-Excavator... Hat jemand Skype offen? Ja, ich hab immer Skype offen. Irgendeiner... Bei irgendeiner hört immer die Skype-Geräusche, als ob der eine Nachricht bekommt. Oh, ne. Ich hab auch einen Skype-Oper, aber... Dann hört man das eh nicht. Okay. Ich hab's auch nicht offen. Weil ich kein Skype... Ich nutze richtig. Also nutzt es unrichtig, eh? Mhm. Dann zieh' ich mich immer extra für dich vor... Dann zieh' ich mich extra mal aus für dich. So, mach' ich jetzt noch Spitzhacken zur Not mit. Mach' gut. Ich bin drauf zum Schalten. So, hab' ich jetzt noch Spitzhacken zur Not mit. Äh... Das war gleich. Ich hab' massenweise schwer damit, ne? Aber keine Spitzhacken. Muss' es in den Part-Bäder hinein? Da, wo der Cobblestone schon drin ist. Ja. Ja. Aber warum kommt der nicht aus? Und ich dann noch... Junge... Warte mal. Jetzt hör' mal. Da, da, da. Äh... Und so wird das Bauholz ja verbrennen. Okay. Also... ... ... ... Lenny geht schon wieder einen ab. Nur Standard, weißt du doch. Ich mach' keine Pleite-Energistice. Warum? Weil diese scheiß Asteroiden. Ich bin jetzt... Weiß nicht. Ich höre' nur einen... Mimimimi. Jaja. Lenny geht viel zu schnell auf. Meteoriten. Lenny, alles bleibt so, wie es ist. Okay. Dann bleib' ich hier. Nein. Ja, dann mach' du das doch vielleicht, wie du machen wolltest. Ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich drum. Aber er... Aber irgendwie war' das wieder klar. Aber irgendwie war' das wieder klar. Hm. Ich kümmere mich drum. Es dauert noch. Momentan ist Werkzeug. Werkzeug brauchen wir. Und unsere Energieversorgung muss stehen. M.E. kann hinten anstehen. Wir können massenweise Kisten aufbauen. Jetzt gehe ich erstmal in der Hölle, meine Kinder. Verpiss dich. Ich schaukel das Spiel schon. Ich schau erstmal bei einem Turtle vorbei. Der glaube ich mittlerweile bei Centos sein müsste. Ja, aber auch passen wie weit du das machst, ne? 100 Blöcke von dem einen Punkt entfernt. Und die Spitzhacke ist immer noch dran. Exquavate oder was machst du da? Ne, ne, Tunnelbohr. Warum bohrst du jetzt bei mir lang oder was? Weil ich unten ein System durchziehe. Ja, nicht dass du gleich da irgendwo bei meiner Treppe rauskommst. Das kann möglich sein. Höhe 44. Ja. Mach jeden Tag. BDF, glaube ich, der findet irgendwie Spaß daran sich jeden Tag selbst zu töten. Hab ich doch grad schon gesagt. Brauchst du hier alles wiederholen. Doch, ich wiederhole das gern. Ähm, Flash? Ja. Weißt du, wie man diesen Compressed Cobblestone macht? Äh, den Compressed Cobblestone, den 9-fachen oder den 81-er? Ich weiß nicht, den man braucht, um den Hammer zu... Äh, mach einfach ein... Geh einfach ein Workbench und mach einfach einen neuen Cobblestone wie... ...einfach das komplette Crafting-Fall. Dann hast du Compressed Cobblestone. Ja. Ganz einfach. Warte, ihr könnt sofort schlafen gehen, ich bin in der Hölle. Sind schon. Okay. Hä, haben wir unsere Portale weggemacht? Eigentlich nicht, ne? Komisch. Ich bin schon wieder tot. Heils Maul. Deh, 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 deh. Keine Ahnung, mach nicht irgendwie. Was? Normalerweise kriegt man mit diesem Orb für jedes Herz, dass man 1,2 200 Lebenspumps bekommt, aber 20. Vielleicht wurde das geändert. Adrian, gib mir das Emo-Schwert her. Ich möchte mich auch mal ein bisschen ritzen. Ratz, 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 ratz. Mach mal lieber was vernünftiges Lenny Was produktives Aber nicht sowas Das ist schon WTFs Aufgabe Achso, Lenny's Blut bringt so viel Meins aber nicht Klar, würde deine Mutter bestimmt aussagen Dein Blut ist minderwertiger Muss mein Team wieder Gib mein Orb wieder Kunde Was, Lenny? Geh weg der Einsammeln Achja So Testen wir doch mal dieses Gerätschaftsstelle Gerätschaftsstelle? Ja So erst testen wir den Exkorator Ja, der funktioniert Ich muss mal wissen, dass es alles ergibt, wenn ich das möchte Ja Aha, Exkorator Sehr schön Funktioniert denn der Hammer-Off-Life Alles funktioniert Plopp Oh nice Geh mal den Blood Orb Jetzt Jetzt geht es ab Oh, vielleicht sollte ich noch diese komischen Patterns wieder zurücklegen Ja, das wäre sinnvoll Ich sag dir immer wieder zurücklegen Ich kann mich nicht nur behalten Nein Spaß, Mann Chill mal Nein Chill nicht Ich Chill nicht Ich Ich Warum reicht keine Eisenspitzhacke denn nicht aus? Was ist das? Was ist denn Kobalt-Level? Ernsthaft rausgenommen Müsste doch normalerweise dabei stehen Ich hab die Bücher grad nicht mit Was hast du rausgenommen? Was? Was hast du rausgenommen? Nein Nee Komisch Ja Also Eisen ist ja eigentlich schon ein der Hören Nein, er bringt sie ab die ganze Zeit um Wie sieht das aus? Habt ihr irgendwas um, äh, um Ohls zu vermehrfachen? Die smelt wie oder den Pulver? Noll Ja, reden ruhig alle durcheinander, gut, dann verstehe ich Pulverweiser Habt ihr okay Ist die sinnvolle Sache, weil bei, äh Bei der Tinkers Construction können sich Sachen vermischen Was total sinnvoll ist Nicht Mh I know Pulverweiser auf Basiken 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 Was ist das hier? Alloy Smelter Mh Sollte das Zeug nicht erst in den Pulverweiser und dann in den Smelter? Nein, der Alloy Smelter ist, äh, für Ender Whatever Ich nehme jetzt erstmal mein Iron-Ohr Und jetzt werde ich nun in diesen Pulverweiser einfügen Da ist schon Da ist schon Wir haben die Generator noch gar nicht gemacht Ne Ich kann erstmal ein paar Culinary machen, oder? Ja, kümmern wir dich drum Wenn du das machen möchtest Weil Eisen müsste nämlich, äh, da schon Also Pulverweiser, Eisen müsste da sein Was ist Cobalt Level? Das kann doch nicht sein Das Eisen nicht funktioniert mehr Funktionierte davor auch nicht Doch Bei Cobalt aber nicht Ich glaub bei Cobalt war ab dir Ah, ich schau mal hin Weil ich bin der Mann und da funktioniert ja noch nie Eisen Ich weiß Alumide Müsste ich erstellen Alumide Okay Brauch ich glaub ich das grüne Buch Wir haben auf jeden Fall jetzt mehr Strom Das ist Weapons Ich verbrauch jetzt nicht mehr mit dem Strom Das wär erstmal lecker Eisen Lecker Eisen Tinker Table Tinker Table DATIN Keine Ahne Er kommt's da irgendwo hin Ehe Ach Zie Stell ich die Dinger auf erstmal her Alumide 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 Backauf Alumide Alumide dann ZAP 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 Okay, dann machen wir mal wieder was anderes zwischendurch. Ach ja, dafür braucht die die ja. Fick dich. Fick doch nicht. Kann denn Steinhammer kann auch nur Steinsachen abbauen, oder? Äh, ich glaube das egal. Steinsachen kann auch noch, glaube ich, Sand und so machen. Sand, Erde, Stein. Ja, aber ich meine, er kann nichts Höheres abbauen als... Nein. Als Eisen. Ne, nur Eisen. Also bisschen Eisen ist maximal. Was sagt unsere Beerenkiste? Beerenkiste ist schon wieder... Warum kann das Ding Holz abhavisten? Das Ding, der Radius ist total hoch. Wom kommt der denn bis hier hin? WTF? So, jetzt geht er doch weg. Was? Nein, der Radius von dem einen Ding ist viel zu hoch. Warum? Hä? Did I have help? Das kann doch nicht sein. Du hast doch elf mal elf abgesteckt, oder nicht? Seit wann kann man nicht höher machen, wenn du das ganze Crafting-Fraight mit Holz zumachst? Sieben, acht, neun... Du hast schon mehr schuld. Das ging, das ist doch schon länger. Ist das vielleicht die Drei, die sowieso hat, Radius? Fuyo, wirklich? Fuyo? 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 13, 14. Haben wir das hier. Ne, da kommt aber wieder welche hin. Gehen wir gar nicht, scheiße. Wo rein? Hier in diese komische Fiste, ne? Ne, einfach in die Tankers. Ach du möchtest geschmolzen? Ja bitte, danke. Lage ist auf. Neben dem Obsidian einfach. Ja, ja. Neben dem Obsidian. Und nicht wundern, ab und zu wenn du ein Schild anbringst, klatscht das Schild einfach so rein, ohne dass du was schreiben kannst. Cool. So schön. Nicht. Funktionell. Sorry. Sorry, I'm winning. Happy. So. Wo ist deine, 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 deine Mining-Tunnel ist die Norm im Leben eigentlich Flash? Ja, die eine, die bohrt den Tunnel die ganze Zeit. Auch Centos, ich weiß wo ich bin. Ja. Guck mal auf der Karte. Ach so, da gehörst du noch. Okay. Das ist okay. So, jetzt guck ich nicht mal durch dieses komische Mod-Piki, äh, Mod-Piki. Alter! Frag du aus. Wer war das? Ja, WTF, wer denn sonst? Musst ihr das eigentlich übertreiben eigentlich? Das ist Standard bei WTF, weißt du doch schon. Oh mein Gott, ey. Sorry, I'm VIP! Ich will gleich mein Soundtrack raus. Pass auch, Digga. Pass auch. Pass auch. Bist dann auch sorry am VIP? Ja. Ey, so viel wie Eisen doch nicht! Pass auch. War schon ein bisschen zu viel. Irgendwas sieht hier vielleicht interessant aus. Ui. Da muss doch irgendwas falsch sein. Was denn ist falsch? Was ist das denn? Die gibt mir nur 20 Legenpunkte. Draconic Stuff of Power. Ja, stimmt. Können wir jetzt ein bisschen mehr Strom bitte herstellen, danke? Nein. Es gibt ja Handys. Ja. Vom Computerkraft. Okay, äh, wir müssten eine fettere Leitung bauen, WTF. Ach ernsthaft, wir müssen eine Leitung bauen? Ja, was, eine Frage, was ist das für ein Mod hier? Dieser, äh, Draconic Evolution? Genau. So ein Endgame-Mod ist das mehr. Hm. Darum arbeite ich eigentlich nicht. Guck mal die Leitung an. Die ist von 7000 auf 7200 F gefüllt. Cool. Können wir das nicht erhöhen? Ne. Art von nichts sogar. Hm. So. Sorry I'm VIP. Du bist so behindert. Das Ding ist immer noch leer. Hallo. Komm mal auf. Obwohl jetzt, jetzt füllt er sich auf 100. Guck mal. Oh ne, der verbraucht zu viel. Der, der schafft das nicht. Wir müssen die Stromleitung erhöhen. Ja. Oder wir stecken dem Typen direkt auf seiner Seite noch mehr hin. Weil Leitungen haben wir noch 5 Stück. Wie viele? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück. New York. Generatom. Generator. Generator. Gena. 2, 3, 4. Neganator. Das habt ihr gesagt. Hallo, Danny. Hallo, Centus. Gena. Danny ist frei. Es reicht, es reicht, es reicht! Wer hat eigentlich diese Scheißkiste mit allen möglichen Kack zugeworfen hier? Wer hat hier Coins, äh Gold Coins reingeworfen? Vom Found Curve? Du selber! Nein, wer hat hier ne Potion reingeschmissen? Du! Ja, das war wohl! Die Gist ist da extra noch für die Workmenchie angeschlossen. Ja, das war, ne? Der ist nicht Sorry, I'm real happy! LOL 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 What the fuck is happening with the Cobblestone? Everything is happening with the Cobblestone? Ne? Ähm, Flash, ich glaub wir müssen mal unser, ähm, eben ein bisschen abonnieren Was? Muss man eben alle, die Generatoren... Alle richtig in den... Du gehackst! Die Query is still going... Ja, die Query is still going... ETF? Ja? Du gehackst! Du gehackst! Du gehackst etwas! Oh, voll scheiße, hallo? Lebe ich? Wo machst du denn? Ja, ich hab alle... Ich muss alle... Ich muss alle Generatoren abbauen, weil ich das, ähm... Machen muss, so... Weil ich das machen muss, so... Wie viele Items gibt es denn in der Modbag? So viele... Hier ist ne Kiste, da sind alle Säfte und diese ganzen anderen Generatoren drin, ne? Wie viele Mods sind nochmal hier drin? 164 163 Boah... Geben los mit ne Thomecraft, ey, hab kein Bug mehr drauf... Hahahaha... Hahahaha... Schlochen Foamcraft... Foamcraft ist voll geil... Lenny, was machst du an dieser Kiste? Lenny, das reicht... Sag mir nicht, dass du irgendwelchen Unschund hier reinwirfst... Nein, das ist eine Crafting-Kiste... So, ja VIP, hab ich gesagt, Zombie... Fünf Generators, haben wir noch, ähm... Pipes? Was zur Hölle? Was ist denn hier, bitteschön? Oh ja, hm... Bitch, get out the way, bitch! Move! Bitch! Get out the way, bitch! A Knight Rider ist wieder hier! Knight Rider? Ja... Ach, Barrels... Ach, hier kannst du... Kannste hier Wein machen, ob du Scheiß, oder was? Wo? Jetzt fliegt mal wieder ab vor mir! Wenn das ein Bogenschütze ist... Gucken... Ach, das ist aber diese Mod... Ah, das ist diese Mod, die du bei den neuen Brecht verbringst... WDF? Ja? Wir müssen noch einen größeren, äh... Radius bauen... Ja, warum? Von den Pipes... Weil ich auf der anderen Seite das auch nochmal mache... Oh, machst du nochmal... Ja, wegen... damit der direkt selber noch Strom kriegt... Haben wir noch Glas hier? Ja... So, haben wir hier drei Stacks, oder so... Das sind alles 64er Stacks, die da rumlaufen... Nee... Ist da ne I, ist da ne Gold? Mhm... Da muss noch Kabel dazwischen... Aha... Okay... Findest du? Oh... Cool... So... Mit so einem Stift, so... So Sachen auf dem Boden malen... Oder wieder irgendwelche Hexenbeschwörern, oder so... So... Der Hexenbeschwörer... Der Hexenbeschwörer... Wie... Jeder... Na bestimmt... Da bloß auch ein Bezaubern... Boah... Wenn man Endermänner braucht, findet man keine... Ein... Ein Triple Compressed Callstone... Hast du Langeweile, Lenny? Ja... Benner... Kommt doch von mir und du... Okay, Lenny... Ähm... Such Meteoriten... Genau... Hehehehe... Mäh... Du wolltest doch eben hingeschickt werden... Also... Such Meteoriten... Los... Wird der... Hast du noch ne Eisenpipe? Ah, ich hab eine... Okay... Pfff... What can I do... Mäh... Und... Führt das Portal eigentlich? Ähm... Zum Nether Portal... So... So... Wie kriegen wir das... Das jetzt... Warte mal... Das muss da hin... So... Ähm... Die Smetery hat übrigens keine Lava mehr... Du auch nicht... Ähm... Wir müssen das jetzt... Das, was einen Umkreis macht immer, ne? Ist ja normal hier der Brennpunkt da sein... Du kannst auch wenn du Langeweile hast... Mit Botanierpflanzen zusammengehen... Oder sich das falsch, ETF... Warte mal... Der... Geht da rum... Geht einmal hier rum... Muss... Darunter... Geht einmal da rum... Geht einmal da rum... Geht einmal da rum... Was denn? Ein Endermini... Oh nein... Ein Endermini, der... Kypa angreift, aha... Pen, 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 pen... Pen... Du bruchte grad irgendwie nix... Enderminis tot, oooo... Habs gekillt... Wir müssen... Inga, da musst du eben mit Pen kommen... Doch, wir können jetzt nicht schlafen gehen... Warum nicht? Weil ich grad Endermänner suche... Äh, die kommen eh nicht bei Regen... Too late Erst mir meine Enderperle klauen und dann sowas Holy Heaven loves you now Nur weil es regnet Aber Regen ist Hesel Ja genau so wie du Nein Einzige der das Gefühl hat dass hier ein Strom reingeht Jetzt Bist der Einzige der überhaupt was fühlen kann So Die hätte schon mal extra Strom Jetzt müssten nur noch Äh Irgendwie hat unser Team wirklich die Stimmungsschwankungen Ja das ist doch nichts neues Was ist eigentlich wenn du so einen Topgoblin angreifst Keine Ahnung Warte mal wäre das nicht schlau dass wir das von der anderen Seite pushen lassen Maybe Ich hab grad gar keine Ahnung Die droppen ja noch nicht mal was Gerade Der Loop ist grad irgendwie unterbrochen Ja den Loop Da lieg ich auch gerade Greifen dich auch noch nicht mal an Das ist genauso wie bei Villager Ja das sind Villager ähnlich Da brauch ich mal die Zufuhr zum Crafter auf ne Warte mal Warte 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 So Was hast du jetzt gemacht Warum Der Crafter Abgetrennt Ja der kriegt jetzt eine eigene Zufuhr Ja aber der hättest du dran lassen können doch nicht Der geht da rum Der geht da rum Der geht da rum Oh der kriegt Ja dann verbraucht Voll 4 Stunden die anderen Gleich berichten wir uns Der müsste so Was machst du jetzt Lenny Ich esse Ich esse Was ist das Nach ich auf Meteoritenjagd Oh Hätt gesagt Sorry I'm VIP Sorry So Das müsste den Loop jetzt erstmal aufhalten Eins Zwei Drei Vier Fünf Hat er noch voll kaum Leben Steht er aber die ganze Zeit doof rum Ich esse hab ich doch gesagt So Wisst ihr Warum macht ihr eigentlich keine Livestreams Ne warum Weil ihr so seid So diese Durchsuchter Weil Wegen meiner Leitung gefogelt Und ich hab kein bock dazu Meine Leitung kann es knicken Ich hab einfach kein bock dazu Ach Welchen Nutzen hat das Dede Keine Ahnung Ist Gut Leicht Nicht Tut mir leid Sorry Ich hab ne Enderkerle Sorry dass ich angegriffen hab Ja Ist schon ein bisschen ne Ga 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 Wer ist hier Ga Ga Ich nicht Ihr ja Genau Nicht Ga Ga Du 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 So Hör doch aus WTF WTF Jetzt müsste es ja eigentlich klappen Ne Eigentlich Also die produzieren jetzt rein Für die Capatissive Bank Die irgendwie komischerweise Immer leer ist Und die Und die andere Seite Für den Crafter WTF 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 Wie viel Zeug Wie viel Zeug hier durchfließt ne Den sagst du Das Ding hat es auch grad so geleckt Guck mal wie viel der produziert Jetzt wieder Aber der kommt mit dem Beere nicht hinterher Aber der Strom Strom kriegt er also kann er produzieren Schnell Warte mal kann der nicht so machen Guck mal hier hat er gleich nen Stack gefressen Guck mal hier hat er gleich nen Stack gefressen Geht n bisschen schnell Wofür Wofür die Wofür die Wofür die Mod Wofür die Mod Wofür die Mod Nuklearkontrols 2 ist Wofür die Mod Mache hier bitte Ist das schlimm Wofür was ist hier los Heftig ne Ein bisschen Ok ich geh wieder in die Hölle Ah ne ich muss jetzt erst dies AluMind machen Das ist Wahnsinn Wir haben keine Lava 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 Mr. Lava Lava Mh Bisschen Lava Mr. Lava Lava Mir ist halt einfach permanent Schuss raus WTF Wo ist die äh Query Ich habe keinen guten Plan Ach so ähm Ist die weiter nach oben hin? Wo ist die? Where you been? Hinter bei der andere Queryloch Da Wo ist die? Da 148 Meter in die Richtung Ok Einfach geradezu War die schon fertig? War die schon fertig? Ne Geht da jetzt nicht? Ah ich sehe sie Ok Schau wie weit sie ist Oh die ist ein bisschen größer Das ist nett Oh hi Creeper Ach so einer Ich will nicht ins Loch gecreepert werden Ganz ehrlich verpiss dich Und nicht das Wasser unten So Ok die braucht noch Das ist kein Wasser mehr Das ist kein Wasser mehr Ich klaue ne Sorry I'm happy I'm happy Wenn ihr Feppy 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 Achja dann brauchen wir noch einen davon zum raufschmeißen Cheater 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 Haben wir jetzt irgendwo ne Enderpearler? Hä? Hast du noch ne Enderpearler? Ich hab ne Enderpearler jetzt ja Brauchst du die noch? Ja ich verwende die doch gerade Ja frag ich doch nur Ich bin ein sozialer Mensch der fragt Ich hab doch gesagt ich kaufe ne Enderpearler also Ne nur einer Genere Dede was hältst du eigentlich von V-Craft? Möchtest du da nicht mit anfangen? Boah halt bloß die Schnauze ne Das letzte mal als ich das schon gemacht habe Wie ich fast verzweifelt Dede du verspacken komm mal her Ich mach das Oh na ooooh Ich seh jetzt schon ne Hungry Notgones Die alles wegfrisst Verstehst du? Richtig so im Nordosten Ja recht Am ME genau Richtig am ME sitzen Also ich würd's machen wenn ich wüsste wie das geht Aber ich hab keine Lust mehr rein zu Einfach n Hungry Notgones Wo immer reinsitzen Komm Peter wir machen das zusammen Boah Nee Guck mal da siehst das Ich nehm mich an die Hand Siehst die Blitze? Würde ich mir lieber die Hand abschneiden Und das anstatt dass du die nehm Was links und rechts die ganze Zeit Oh mir sehe ich Blitze Geh weg da Mach das Ah fuck ich muss mal ein Magnet ausmachen kurz Was? Was? Da ist er tot LOLL Ne Rune hergestellt Toll noch eine Echse Was geht hier ab alter? Das hat ja auch eine Echse WDR hast du hier unten Sludge hergestellt Das Mana Wo hab ich Sludge hergestellt? Warum hast du hier unten Sludge reingekippt? Ich mach ja grad Mana hergestellt Hast Mana hergestellt Hörst du du hast ja mit Obsidian hergestellt oder wat? Ja genau Hast du einfach nur ist wie Wasser oder wat? Eine Frage haben wir grade Centus Ja Ist Botania etwa auch so ein Saugermod oder wie? Ja ja Okay Taumcraft Baby Magic was das da war Und was äh was kann der alles so? Pflanzen 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 So ein Tiersystem bauen Guck mal hier Was ich jetzt gemacht hab Brauchstand Pflanzen Das sind die Sachen sind ganz cool gemacht vor allem Da ist ein Botania Brauchstand God Ähm Hab ich hier irgendwo Sand gehabt? Dann kann ich dir was zeigen Was ist abgelitten? Ich will auch ein Gleiter Ich muss mal kurz Acht hier rein, die sind nicht hoch Hanggleiter, Hanggleiter Nimm dir gleich mal das Glas da aus Hanggleiter, drei Stück Was soll das jetzt? Aus dem Ofen Nimm dir mal drei Stück raus Alter Was denn? Flash, wir brauchen mehr Generatoren Ja So Und jetzt schmeißt das mal Hier in den Mana Pool rein, das Glas Wenn du hier eine Pipe aus schmiedest Oder einfach komplett rein Jetzt habe ich Mana Glas Und daraus mach mal Fläschchen jetzt Ganz normal Fläschchen Hier machen wir nochmal einen Zaum Anomicon Äh, ich habe oben eins Ich habe mal einer Glas Da oben in der obersten Kiste ist ein Faunomicon Oben? Wo? Hier der erste Kiste da links neben dir Links neben dir Und eine so eine Flasche In der Mitte ist ein Faunomicon Ja, die habe ich gestern gefunden Bei dir ähm NEI und da hast du dann die Fläschchen Und die Rezepte sind auch gleich bei Es geht bei euch ab hier, Bitches Das ist Fläschchen, 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 Fläschchen Haha Kann ich jetzt dran mir nix antun haben Hey Netherwarze, Zucker und ein Goldnugget Netherwarzen haben wir noch nicht wahrscheinlich, ne? Doch, aber die müssen wir jetzt anbauen Die sollten wir jetzt anbauen Ja Pfff Dumpus 2 Netherwarze, ne Feder und ne Karotte Ist ja krass Gibt es Reg-... Regen-Geration 2 Gibt es hier Und dann gibt es natürlich Ok Regen-Geration 2 Einmal so und ein... ach so ja, genauso wie die anderen Oh, für eine kleine Runde Resistance Netherwarze Ich weiß nicht, alles geht nicht so. Naja. Feuerwitz ist dann. Warum mixt sich der Rotz denn nicht? Brauch ich jetzt da mehr von, oder was? Ingots. Da kommt auch noch zu, Dele, dass größere Flaschen gibt, damit kannst du dann die Haie um 6 aufladen. Okay. Dele, komm mit. Hit me, Dele, one more time. Aber ich glaub, die größeren... Du bist mit ihm gegangen. Die größeren Fläschchen kann ich nur mit Altglas herstellen. Oh my freaking fucking god, yo. Mit ihm zu unserem Loop gegangen. Hat er grad... Hat er grad... Oh mein... Oh mein... Oh mein... Wie bist du denn das? Ja. Aber gerade gesagt... Oh mein freaky fucking... Motherfucking... Oh mein Gott, wie kann dies nur möglich sein? Oh mein Gott, look at der Boot. Oh mein Gott. Look at this Bart. 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 Au die nösen Bart an. Bart. Bart, ich hab gerade ne Katze gehört. Rinn! Look at your fligoreties. Look at your fligoreties. Katze, manmau. Ja. Weiß ich nicht. Haben wir ne gehört. Ich hab mal alles drin. Boah, Lenny, hör uns gut auf zu reden. Kann man sich hier nicht mehr antun. Man flasht sich jetzt auf den Kleider gebaust. Nenni, mein Mund zu. Boah, ist auch immer mein Sohn. Skidab. Oh, ey was ist eigentlich mit dem Fläschchen los? Guck mal wie die sich hier stauen. Was ist da los, man? Ich glaube wir brauchen mehr Generator. Man, Kisten Upgrades. Weißt du wegen da vorne oder was? Ne, die, äh, öh, offen. Nenni, Alter. Alter! Äh, WTF? Wir brauchen ein Kisten Upgrade. Ja, mach ich gerade. Weil ich brauche hierhin auch ein Kisten Upgrade. Meine, äh, die Kisten voller Holz, die, die pumpt auch alles raus. Ja, das ist alles überfüllt hier gerade. Also, wenn ihr Weben braucht, ne? Wirst du nicht nur sagen. Aber Weben kommt sowieso nicht. Hat ein Deep Storage eigentlich ungrenzt zu speichern? Ja, Gott sei Dank. Okay, dann gucken wir gleich, um zu wehren. Ich brauche euch mal ein Upgrade. Was braucht man denn hier? So ein Eisen-Chest Upgrade? Ja, ne? Ja, das war hier Eisen in der Kiste und mit dem Holz. Ne, wir machen nur das Upgrade. Okay, ein. Wer hat denn das ganze Gold weggenommen? Fass mich. Sorry, I am Wasser scheu. Sorry, I am Wasser scheu. Booy, Lenny. Lenny, halt mal Luft an. Lenny, steh mal bitte einfach. Fünf Minuten oder so, dann ist er weg. Tunnel-Bohrer-Turtle. Ohne Tunnel-Turtle-Bohrer. Aber da hat die Spitzhackung noch nicht kaputt. Nein, die ist halt komischerweise noch nicht kaputt. Vielleicht war es auch ein Bug. Hier hast du mal gegoogelt? Nein. Warum nicht? Vielleicht geht das bei Exquavate kaputt. Ja, okay, dann müssen wir halt unsere eigene Exquavate-Skript schreiben. Ne, ich mach einfach das Tunnel-Programm. Fertig. Kommt ihr denn mal her zusammen, TomCraft? Da ist viel Brochenbeer geliebt, oh Mann. Ich habe dir gesagt, dieses Mod hat mich verzweifelt gebracht. Was? Ja, wie kann ich denn das Upgrade da drauf tun? Nichts klingt. Ach, Iron to... Alter, ich... Weißt, was ich baue? Wot denn? Ich mach eine Iron to Gold Chest. Okay. Ja. TomCraft hat mich schon mal in den Wahnsinn getrieben. Ja, heuloch. 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 Boah, Alter, ich will das ja gut haben. Krass. Boah, Lenny. Heuloch. 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 Drecksau. Ne. Ich bin Lenny. Ich mach's nur besser. So, der Platz reicht jetzt erstmal. Für kurze Zeit. Warte mal. 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 Ich hab jetzt was gutes noch vor. Warte mal. Was hast du für ein Update? Update? Warte mal. Ich mach grad. Ich mach mal jetzt ne Goldchest auch für die Bären. Okay? Für die Bären. Mal gucken wie schnell die Kiste voll wird. Da hat irgendwer noch Schluck auf? Ja, Lenny die ganze Zeit. Ja, die Bären haben doch nen Upgrade schon drauf. Was denn für eins? Eisen. Also brauchen wir noch nen Gold Upgrade. Nein, die Kiste ist nicht voll. Glaub ich zumindest. Ach scheiße, ich muss das andersrum auch nicht egal. Bitte oder? Du. 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 So. Ja, aber die Kiste wird voll. Wie komm ich nochmal aufs Dattes? Nein. Lenni, ich mach jetzt ein gottverdammtes ME-System, ich verzweifle hier gleich. Irgendwas, wo ich einfach meine Sachen einschmeißen kann. Ja, dann baue irgendwas, was die ganze Karte kartografiert. Oh Zombie, ey. Verfolg mich nicht die ganze Zeit. Stirb oder lass mich in Ruhe. Und mit dem kannst du dann die Karte kartografieren. Aber dann musst du dann erstmal die ganze Karte laufen. Haben wir Aluminium. Ich hab auch noch, wie Aluminium wäre. Aber eigentlich haben wir alles. Wir haben hier einfach nur noch diese Stempel. Stempel? Oder Formen, egal. Bisschen. 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 So are we happy? Sorry, I'm Aufschluck. Oh, ein Aufschluck. Sorry, I'm Abschluck. Bisschen. Bisschen. Bisschen behindert. Er ist so unverdicht. So eine Mischung aus Röpsen und... ...Bisschen auch. Und hoffentlich sterben. Voll ab, Alter. So eine Mischung aus Lustig und Lustig. Aua! Was war das denn jetzt gerade? Ich hab mal Zensus-Scheiß-Scan. Und... ...Hai Skelett. Oh, das geht sogar. Warum... Warum kann man so lange Schluckauf eigentlich haben? Weiß ich auch nicht. Weil Lenni sich darum kümmert, dass er weg geht. Ich halte ihn immer drei Wochen lang mal... Bisschen, Zombie! Lenni, nimm bitte die Aufgabe in Anspruch und... In Anspruch. Mach doch selber! Hä? Hört? Soll ich den Teilschirr? Ey, wir arbeiten nie. Achso. Ich dachte... Ich dachte, du würdest mich wieder zwingen... ...Den Schluckauf wegzunehmen. Aua, mein Paum! Nenni, guck mal, was du anrichtest hast. Was hab ich denn anrichtest? Du tötest... Du tötest Adrian. Ach, Adrian ist doch egal. Er wird doch eh nicht verlassen. Ich muss schon gleich nach unten bei dir. So lustig ist das doch jetzt aber. Drecksgeland.